Unser Video, Thomas spielt wieder GTA. Ha Thomas, check! Check! Ja, und heute ist nur ein Video von GTA. Ja, und da bin ich und da ist Thomas. Und da ist GTA. Was machst du heute in GTA, sowas Schönes? Ah, die nimmt ein Auto. Okay, wenn ich nicht erwischt bin, mache ich ein gutes Video heute. Ja, Mann! Wir gehen heute ein Auto kaufen. Ja, ein Auto kaufen. Bei Geschäft. Ja, da sind überall Geschäfte und Häuser. Ja. Dafür folgte er ihn. Ein Unfall. Nur wegen diesen Menschen da. Scheiße, wir mussten abhauen. Ah, da war... War irgendwas. Was? Ja, hier, hier. Ja, Mann. Jetzt.